liebe freunde heute habe ich einen ganz besonderen gast hier live in stuttgart zu meiner zweiten sendung roadtrip interview und zwar ist das der beste elvis interpret und zwar sitzt heute hier auf meinem beifahrersitz nils straßburg der nils ist da ich sehe ihn schon und ich hole ihn jetzt aufnahme läuft wenn wir mal hupen so da haben wir nils jetzt einen wunderschönen guten tag der king ich grüße dich hier ist ja die hölle los wahnsinn das habe ich nicht bedacht sehr gutes wetter das ist schön dass es geklappt hat ich habe hier gelesen mit der grünen plakette darf ich in die umweltzone ja du hast diese problematik hast du selber diesel ich war selber diesen habe aber das glück dass es noch der fünfer ist also diese euro 5 diese norm das heißt ich habe noch ein jahr schon frist wo muss ich jetzt lang jetzt erst links und hier ist natürlich jetzt die hölle los und wir haben den bärensee und ecken ach und wenn ich jetzt bevor ich alles umfällt pass mal auf so ich muss dann ich muss dann nachträglich das muss ich natürlich mitbringen jeder mensch im leben muss mindestens eine elvis platte haben jetzt weiß ich nicht ob du eine besitzt und wenn habe ich gedacht muss ich dir eins mit den hässlichsten coveren ever aussuchen und das ist die hier aber ist ein toller songs drauf ich weiß ich danke dir das ist wahnsinn vor allem habe ich auch wirklich einen schallplattenspieler einen guten gefederten rft so muss sein dann die schwäbische antwort auf dem primus einer meiner persönlichen lieblingsweine sagen wir dann einfach mal ob er dir geschmeckt hat ich danke dir ja mensch nils so genau jetzt haben wir das aber ich habe eine elvis platte eine single und zwar eine weihnachtssingle an dem weihnachtssingle ja das ist meine einzige ansonsten johnny cash und so sagen ja du wohnst in stuttgart nicht mehr direkt also ich bin jetzt genau hier im endeffekt das ist meine zwischenstrecke ich fand es hier rechts runter ja dann ist einmal um den bodensee wurden sie seit schon weit vom bärenseed um eine ganz schöne strecke zum fahren ich wohne jetzt ich habe glaube ich stuttgart relativ lange gewohnt und wurden jetzt außerhalb lehrenberg das ist keine zehn kilometer von hier entfernt da kriegst du einfach besseren wohnraum für gezahlt war das geld bleibt rechts ja okay wahnsinn wir hatten das angefangen eigentlich also ich meine ich habe mir gestern auch noch mal bis spät in nacht viele interviews und so angeguckt und jetzt bekomme ich bestimmt gleich einen pluspunkt wenn ich sage du bist der beste elvis interpret oder das ja das sind diese titel ja viele haben ja dann hier mit google und seine geschichten das war der punkt warum ich da nie mitgemacht habe dass die elvis contest gibt es ja mehr und ganz ganz offizielle ganz inoffizielle und doch weiß ich was da ich grundsätzlich sowieso gar kein fan von casting produkten bin in jeglicher form weil entscheiden wie gut oder wie schlecht jemand ist und tut im endeffekt immer noch publikum und jeder der publikum hat hat ja irgendwo ein anrecht aber ich habe damals bei dem weil sie wirklichen interpreten gesucht haben und kein imitator habe ich ja mensch ach komm mach es mal mit wurde eigentlich da auch von freunden aufgelobst zu sagen jetzt machte und dann habe ich mitgemacht und habe gewonnen und das natürlich macht es stolz aber ich würde es auch nicht überwärten das wäre meine nächste frage wie ist denn das unter den leuten die damit machen also diese ja die darsteller gibt es da so konkurrenzkampf oder sowas oder versteht man sich gut mit denen oder sind die dann neidisch wenn du dann ersten platz gemacht hast oder so oder ich weiß nicht also diese diese elbe szene ist dann doch ich habe dann dadurch ja auch erst ein bisschen eingestiegen in diese szene ich bin weltweit ganz gut vernetzt mit kollegen aus der branche und deutschland ist so ein bisschen dass es da so ein bisschen ja man geht da nicht so wirklich aufeinander ein also wenn man mein eindruck ist man respektiert sich irgendwie und lässt den anderen so viele haben wir ja auch nicht in deutschland also es gibt sicherlich auf jedem stadtfest irgendwo jemand der den elbes macht aber leute dieses professionell machen haben ja nicht so viele und man kennt sich ich habe jetzt gestern durch zufall eine sendung von stefan raab gesehen oder mal die ganzen leute eingeladen wurdest du auch eingeladen schon länger her existieren zwei teile davon und da waren halt das sind so viel das muss länger her sein kann man erinnern sonst werden sonst wahrscheinlich eingeladen wurden kann natürlich durchaus weil ich davon aus was ist denn ein absoluter lieblings song also ich weiß es aber du kannst es ja noch mal sagen von 11 jahre es ist ich weiß nicht ob das weiß dass es gibt natürlich ich habe wirklich tatsächlich für jede stimmung meine songs also es ist so wie es wandelt sich aber es gibt ein und ich glaube darauf spielst du ab es gibt einen song der irgendwie überdauert alles und das ist die live version was ist dieses meins die ist doch der wahnsinn oder wie der basse abgeht das brutal das ist musikalisch ganz ganz weit oben und es hat eine energie und eine leidenschaft ist der song ist ich liebe ihn auch wirklich zu spielen mit der band aber um den song zu spielen brauchst du richtig gute musiker und das kriegst du nicht gute bassisten gute schlagzeuge die dementsprechend das tempo immer variieren und wieder anziehen und weil er das ging immer alles drängt direkt stein nach vorne da wurden ja keine gefangenen gemacht also er wurde von seinem schlagzeug aus so dermaßen nach vorne gepeitscht und dann muss der was ist natürlich mit dem sonst also da hast du für jede stimmung quasi in elvis song oder hörst du jetzt privat auch andere sachen ich habe ganz viel andere sachen aber das ist so und es hat sich über die jahre wenn man wirklich war ich bin riesengroße police das ding police lassen meine leidenschaften dann war ich natürlich auch eine zeit lang leidenschaftliche rockabilly das heißt alles was aus dem rockabilly bereich jetzt freue ich mich dass ich jetzt wieder kommen nach deutschland zu ihrem 40 jährigen jubiläum das sind auch so nach musikalisch bin ich ziemlich breit aufgestellt aber das was ich immer durchziehe deshalb ist es eigentlich nie satt gehört wie stellt man sich das vor sitzt du dann vor hast du eher lieber platte oder also macht das schon ein unterschied wenn man schallplatte hat dann vielleicht mit kopfhörer oder wie stellt man sich das vor wenn der nils zu hause sitzt und einfach so platten durch die meiste zeit dass du natürlich im auto ich weiß nicht wie es dir geht aber das musiker bist natürlich permanent unterwegs und deswegen ist da leider mit plattenspieler ein bisschen schwierig da höre ich dann doch gibt es so eine tolle app service radio ok und dann höre ich aber auch da platten also die digitalisiert sind zu hause ist es dann wirklich so schaltplattenspieler sehr sehr gut jetzt habt ihr ja demnächst am 22 was vorne da startet ja eure und meine frage wäre dazu wie lange muss man sowas ein studieren mit so einem riesen sagt man da big band oder orchester was ist das eigentlich das ist eine meine band ist jetzt also das ist jetzt ohne streicher wir waren mit streichen unterwegs das machen wir nicht regelmäßig das ist diese elvis show ist im ende weg die songs der großteil der songs bleibt ja du kannst sie nicht austauschen das ist auch die erwartungshaltung von den leuten die auf so eine show kommen ist natürlich das ist das bist du meinst und so weiter und so fort das heißt wir haben die händler und lauf mit händler wirklich ist in der ghetto deswegen kannst du da nicht unendlich austauschen und sagen ich bin jetzt 22 neue titel hast du da leute die du immer siehst in der ersten reihe es gibt es gibt fans die haben mittlerweile von der 100 schals weißt du was ja also das weiß ich jetzt nicht das 100 sind aber ich weiß es ganz genau du weißt es ja ich weiß es ganz genau unglaublich ja es ist es ist ich hatte ich hatte einen text bekommen also wir arbeiten ja mit der christin muss an dieser stelle sagen die halt die redaktion macht die sich viel beließ auch mit hat wie gesagt mit einem fan von dir telefoniert und da standen wirklich schöne sachen drin also dass die leute haben da gesagt dass du das ganz einfach viel viel besser was als das original ich meine gut aber weil es halt mehr abgeht was ich alles gestellte was ich halt erst festgestellt habe ich war jetzt im hof gewesen mediamarkt und habe sämtliche hilfesplatten durchgehört das kann man ja da machen und ich weiß ja nicht wie es dir geht aber so die früheren aufnahmen also wo halt wenig druck ist und so also das mehr oder weniger gefällt mir jetzt nicht so ganz bei mir muss halt ein schlagzeug richtig knallen und ich denke mal das macht ihr dann das ist schon ein bisschen umwandeln und der sound ist wir sind das ist glaube ich der wo wir ein bisschen anders sind ich muss es mir zurechtlegen das ist ja meine es müssen meine songs sein also ich möchte mich auch das ist auch der grund warum ich keinen warum ich mich selbst nicht als imitator sehen weil ich mich nicht in der figur elvis verlieren möchte sondern da geht zwar nils mit schwarz gefärbten haben und kreis war auch eine frage gewesen ob du deine haare färbst ja ich glaube ich habe schon seit ich 15 bin recht und dann ist es so geblieben hin und wieder wenn man mal irgendwie eine trennung hatte waren sie auch mal kurz rot für drei wochen aber ich bin immer wieder darauf gekommen dass eigentlich schwarz eigentlich am besten ist und wenn du dann beim döner hatte ich mal in dresden den fall gab ein schöner kaufen schönes auto und da hat mich der verkäufer gefragt ob ich deutscher bin ja das habe ich oft wie ist denn das privat nils wenn du jetzt zum beispiel einkaufen gehst oder tanken gehst irgendwo das fällt den leuten doch gleich aus oder dass die leute die dich nicht kennen die dann zu dir kommen und sagen du hast die sprüche die drei laufen an dir vorbei du siehst den blick und dann kommt der spruch und dann weißt du ganz genau ja okay es gibt auch welche die oder es kommen halt jugendliche das finde ich damit auch eigentlich ganz gut das hatte ich jetzt vor kurzem auch wieder da waren keine ahnung an 12 13 14 waren die und haben dann sofort kommt also mit elf ist das anfangen was ja heutzutage und das kommt und natürlich sprechen die auch heute an dass ich aber die wollen roto machen und so weiter und so fort eines der gründe warum ich dann gerne wenn ich mal ein bisschen luft habe ich jetzt eine woche pause dann gerne mal einfach wachsen lassen okay und das kaschiert es ein bisschen nicht ganz aber das mit problem habe aber vor allem ist es dir doch in die wiege gelegt jetzt mal ganz ehrlich nils so auszusehen oder ich bin ja als kind wusstest du das noch nicht dass der vielleicht an der richtigen stelle koteletten wachsen ist das genau augen partie genauso aus in die nase die haare das ist doch eigentlich eine gabe sage ich mal von irgendjemanden ja gut es müssen andere beurteilen die für mich ist es immer noch so dass in spiegelschau sehe ich mich selbst also ich glaube das ist auch völlig normal also ich bin es gibt ja wirklich auch operierte kollegen die erraten usa gibt es welche die lassen sich operieren also wangen aufpolstern und so weiter und so fort das würde mir viel zu weit gehen und das ist natürlich ein gewisser vorteil wenn er nicht nur komplett anders aus ist also auch wieder froh dass ich so viele haare noch auf dem kopf haben weil das ist ja das nächste also der verrückte der wert ist bei mir aufhören oder koteletten ankleben ist also obwohl die eigentlich aber die sind gut im theater netten so was sie sind super das geht alles also deswegen sage ich wenn kann ja alles was krankheitsbedingt was ich was kann ja alles passieren dann deswegen möchte ich darüber nicht urteilen aber ich bin gott froh dass es so ist weil das alles ein stück weit mehr ist dass ich es ich selbst bin und nicht in der rolle schlüpfen und das ist glaube ich dass ich spiele als musical auch und in dem musical schlüpfe tatsächlich in die rolle da spiele ich elvis und das suche ich in diese rolle reinzuschlüpfen aber in meinen shows klar es sieht so viel gleich aus und so viele sagen ja bewegt sich ja so ich habe nie ich habe nie vor spiele gestanden oder den bewegungen oder die hand sie muss sie so weit oben sein und muss es gibt doch diesen ganz berühmten wie macht er mit dem mit den fingern ja das ist ja das ist ein karate schlag das habe ich ja auch angeguckt dass du das privat auch machst er das ist aber karate sachen und ja auch karate gelernt aber damals wusste ich zum beispiel nicht dass ich bin seit meinem sechsten lebens ja elvis fein aber ich wusste dem zeitpunkt nicht dass er es gerade gemacht also er war das habe ich halt irgendwann angefangen und habe das ein bisschen gemacht das ist dann automatisch irgendwie wenn du halt über jahre das längste studium meines lebens selbst so lange die das anschaust dass du dann vielleicht ist es so wie beim hund und seinem herrchen dass du denn dann immer mehr ich habe keine ahnung was das ist mein deswegen ist so aber ich habe mich nie gestellt sondern ich gehe auf die bühne und ich meine die als musiker muss ich nicht sagen du musst es fühlen was du tust und das ist das wo meines erachtens wenn es auch der absolute kürtisch drin war lassen er hat keinen einzigen song selber beschrieben nicht einen aber die songs ihr gesungen hat er so gesungen als ob es seine sind und das ist ja und er hat zum teil auch im bridge over troubled water aus diesen stücken hat der was rausgeholt was das original ist mit samen und garfankl aber nicht hinbekommen haben und weil er halt also so emotional so stark war und diese verknüpfung gekriegt hat und ich muss das kurz bei herunter machen dass du nicht so ganz überblendet bis sie sich denn das aus das ist ja blendet das ist glaube ich so dass die kunst die kunst ist in der musik für mich ist auch ich urteile auch nie über ob es jetzt schlage ist aus ob es fangen soll welcher sprach auch immer gesungen wird die urteile immer danach ist es echt was ich nicht mag ist nicht als unechte musik nicht echte musik sondern und da ist aber wie sagt elbe ist für mich die wenigsteste bist du früher in karaoke bars eigentlich gegangen und hast du sag ich mal was ist das nicht kam für dich die infrage nee na ich finde es ist halt ja das ist ja ein spaß das stimmt aber nicht ich habe einmal und der aufgelegt hat dieser karaoke master oder der sommer war der war dann total beeindruckt weil ich den text ist ja soviel text und er so zu stellen also du musst es ja nicht mal auf den monitor hinten muss wie das wäre auch das war das das interessiert mich auch wie kann man sich sage ich mal diese ganzen das sind natürlich die jahre wo du drin steckst wie merkt man sich diese ganzen texte oder gibt es aber ich habe schon stützen gibt es versteckte monitor und so was schon damit ja ich habe ich habe schon meine hilfsmittel weil es ist ich sage jetzt ehrlich komischerweise ist es so ich kann die eigentlich hatte aber es passiert auf der bühne und ist es war das absolutes ganz 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 geile anekdote aus den anfängen haben wir das medley gespielt und das ist ja wirklich nur mein song die band fängt an und ich denke so aber das kenne ich mit diesen lücken wie ausrat das ja so mehr darüber nachdenkst umso mehr fehlt dann weg und es gibt ja eigentlich nur die sicherheit es ist dann da und komischerweise weißt du aber nur weil du brauchst du dich anstieg genau und dann läuft sowieso manchmal brauchst du einfach nur so den ersten den ersten wort des textes und läuft dadurch dann wird der automatisch ab aber es ist so es sind halt hilfsmittel und ich denke aber normalerweise emotional ist der auftritt ich muss noch was vorweg nehmen ich weiß nicht ob es richtig war aber ich habe ein video gesehen wo ich glaube gesehen zu haben dass du den tränen sehr nah warst gibt es sowas ja also was ich dann total so überwältigt das war dafür sachen die da im kopf rumgehen dann das ist der song always on my mind always on my mind wie gesagt da ich irgendwie versuche es gibt noch ein paar songs die von elvis die ich toll finde aber nicht spielen möchte weil ich diesen die kriege ich für mich nicht verarbeitet sind die kriege ich ihn nicht ein ich finde es aber toll always on my mind war schon immer einer meiner lieblingsnummern aber sie war verbunden mit meiner großmutter okay und mit ganz ganz vielen dingen die ich in der zeit wo sie lebte nicht auf die reihe gekriegt habe für mich also mit ihr zu regeln wie es halt oft ist wenn Menschen gehen und ich krieg das nicht mehr ausgeschaltet und dann ist es je nach konstitution kann ich dann kann das wenn ich richtig im dritten ausbrechen ich versuche das also es gibt kommt auch mal vor was wenn ich merke wenn ich nicht gut auf das sagte heute das ist hinten rum austauschen wir nehmen die augen wir spielen eine andere nummer okay weil du natürlich die nummer auch nicht kaputt machen willst also erstens ich möchte niemand dass sie peinlich gerührt fühlt weil der sänger heult zweitens sollte der song noch erkennbar sein und nicht in einem schluchzen mehr untergehen aber dennoch also das ist da gibt es glaube ich aufzeigen und zwar ich glaube ein auftritt der war wirklich grenzwertig für mich selbst das war auch eine frage von mir wenn du zum beispiel mal einen schlechten tag hast oder speziell wenn du ja so gerade so musical wenn das los startet da habt ihr dann viele termine und so was machst du wenn die stimme einfach mal weg ist das ist doch katastrophal ich meine man kann dich ja schlecht austauschen das geht nicht muss ich dir da schon mal was absagen ja wir müssen schon zwei termine also insgesamt aber was für dich in fünf jahren geht krankheitsbedingt das war halt aber krankheitsbedingt sonst versuche ich eigentlich Termine immer zu spielen ich weiß nicht ob es dir auch schon mal so gegangen ist du gehst auf die bühne fühlt sich an ich hast dich warm gemacht alles passt man hat das gefühl deine stimme ist auch da aber du weißt du bist nicht hundertprozentig fit dann gehst du raus und nach dem dritten Song merkst du achten gerade wenn es monitoring nicht gut ist und du dir da einen fast abrüllst habe ich ganz oft gehabt dass dann mit einem schlag kriegst du die Hälfte nicht mehr oder so ne dann presst du und dann machst du natürlich alles falsch was du in dem Moment nicht dachten darfst aber du versuchst natürlich weiterzumachen und hoffst natürlich irgendwie dass das wiederkommt was natürlich passiert also ich hatte das ist gar nicht so lange her habe ich eine große Show spielen müssen wirklich mega angeschlagen und ich hatte mich so drauf gefreut es war eigentlich die größte Show die ich bis zu dem Zeitpunkt gespielt hatte knapp 2000 ok das war dann wieder halt in Stuttgart und dann habe ich festgestellt ok das war Weihnachten das war am 27. wir hatten davor noch getourt bis zum 23. hatte dann also nur zwei Tage Pause und dann hat mein Körper sich das geholt was er gebraucht hat und ist mehr oder weniger halt irgendwie und dann ist es es ging also es war nicht so dass ich ich habe glaube ich einen Song übersprungen alle anderen habe ich irgendwie hingefakt also gestern gewisse Höhen aber es macht natürlich kein Spaß merkt die Band sowas dann gleich? ja ja das merken die ne? ja das merken die ja und dass ich nicht locker bin und das wenn du so viel zusammen bist gibt es da irgendwelche speziellen Leute in der Band wo du sagst auf denen kann ich mich verlassen in solchen Situationen oder mit denen kann ich da besonders gut eigentlich kann ich mich auf die komplette Band verlassen das ist heute also auch meine Becker und Drängerin müssen wir ganz genau dass sie mich stützen müssen und das sind alles Profis das ist halt das schöne wir haben alles eine Top Ausbildung haben alles studiert sind die können dir auch helfen hinter der Bühne ist halt so die können dann auch in der Pause einfach kurz sagen hey mach das 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 und alles ausgebildete Sänger und Insurnalisten das ist das gibt dir schon auch eine Sicherheit auch dass die Band das hinkriegt im Notfall dann auch sagt okay ich spiele es einfach mal Solo über zwei Formen und nicht über eine Form rechts links war da aus und dann bin ich dran geblieben auf der rechtsruhe ähm sind wir übrigens hier in Dierenberg das hier gibt es ganz zu selbst oh ja an sowas also das ist auch schwierig gehst du zum Beispiel also fragartig nicht aber Musikläden und so bist du da hast du dann auch manchmal so einen Kaufzwang bei mir ist es schlimm mit ähm also ich fang an mit den Gitarren die da bin ich so ein Museumstyp ich möchte dann die Originalen haben die Elvis auch und die sind dummerweise alle nicht billig die sind wirklich bestimmt 3-4.000 Euro allein kostet die einfach nur und das sind so die Gipson halt Gipson Darp und diese alle heißen das ist auch eine Gipson wo Elvis auf dem da steht ne das ist sie nicht weil also die die Elvis Gitter ja weil die wird so zerkratzt durch meinen Gürtel achso das ist halt das Problem und der Gürtel wird auch zerkratzt naja das Holz ist Gott sei Dank weicher als der Gürtel aber diese Gürtel sind halt so groß und wenn du dann ne das kann ich nicht machen also da kann ich keine 3-4.000 Euro auf der Bühne so kaputt machen aber da geht es mir ja bei Kleidung ist es viel schlimmer hat man da einen Bonus wenn man in so einen Laden geht als Elvis oh ja also die kennt dich schon ne ich hab schon gewisse Vorteile also dass du dann hier komm nimm das mal mit auf die Bühne dann kriegst du das halt ein bisschen günstiger oder machen wir halt einen tollen Preis dann schön das ist schon gut bei deinem Gürtel waren wir auf jeden Fall da wollte ich dich fragen ob das echtes Gold ist ne war es bei Elvis auch nicht ne ne also viel so und da nicht mal als so keine Swarovskis oder sowas nein also ich hatte mal einen den allerersten den ich selber gemacht hab da hab ich tatsächlich so ausgestallt drauf gemacht das war der allererste den hab ich irgendwo noch im Keller verstaut ähm die sind jetzt alle massgeschneidert von den Schneidern die man so in der Szene hat und mitunter der Originalschneider von Elvis ähm oder aus der Schneiderei er selbst schneidert nicht mehr ähm England war das ne England Thailand und USA dort sind die drei Standorte wo ich die Anzeige machen was und ähm das da könnte ich mich total auch machen das darf aber nicht jeder oder dort einfach bestellen oder wenn das nötige Kleingeld auch wenn das Geld was von welcher Summe reden wir wenn du so an den teuersten an den teuersten bist du bei 5 5.000 5.000 mit Gürtel aber der ist dann maßgestattet wie gesagt es ist alles du geht nur es geht ja gar nicht anders also ich finde das ist ja auch so das mindeste was ich dann auch von so Menschen erwarten die ein Tribute machen bitte du kannst nicht mit einer billigen Karnavalskostüm irgendwo sagen ich mach jetzt äh auf jeden Fall nicht nein das geht nicht und dann äh was ist das für ein Stoff das war auch eine Frage von mir wenn du schwitzt ja elendig denke ich mal ja oder hast du da spezielle Unterwäsche oder was also das muss doch kleben da also oder ne oder wechselst du dann während der Show ab und zu von den Anzug geradeaus dreimal geradeaus ja ich wechsle dreimal die Anzüge macht ihr mit Pausen oder spielt die Band dann durch ne wir machen eine Pause eine Pause in der Mitte und äh bei dem anderen Umzug der im Set stattfindet da spielt die Band so eine Talstücke da kriegen wir gute Übergänge hin und äh das ja die Anzüge das ist ja das was Elvis wollte er hat festgestellt okay auf der Bühne ich brauch was bewegliches ich brauch aber was wo die Leute mich sehen weil er hat vor 10.000 20.000 Leuten gespielt es gab keine Linewände es gab keine Kameras zu der Zeit wo man das hätte irgendwie auch projizieren können also musste er irgendwas haben was auffällig ist und Schlag war seine 200 Schichter Zeit mit den Schlaghosen und ähm naja dann hat er halt genau so einen Stoff der ist angelehnt alles angelehnt an Karateanzüge ja diese baumwollgabardine die hat Stretchanteil drin die ist aber baumwoll also ich spitze da drin nicht so wegen irgendwelchen polyesterfasern die sind viel zu gering der Anteil also die sind super wie reinigt man so einen Anzüge alles von Hand alles von Hand aber das darfst du die Anzüge mit nach Hause nehmen oder wie ist das? dürfen meine die hängen bei dir im Schrank ja das wäre ich würde nicht woanders lassen ne das sind meine Babys aber du reinigst die selber oder wie? ne die skippst du dann ab oder? ich hab nicht ich mach das inzwischen selber geradeaus? geradeaus ja weil dann vielleicht mal ein Stein gefehlt hat oder wie? ja die haben gefehlt die gehen auch ab das ist halt einfach so du musst es halt gefühlt du musst es halt das selber machen und man weiß wie ich den anpacken wenn nachher was kaputt geht weil keiner von den Wäschereien will das machen also ich hab ich hab irgendwann mal einen gefunden der gesagt hat macht's aber wenn die den Preis hören wenn die den Preis hören dann brauchst du dann eine Versicherung sie sehen das ja sehen das ja und wissen ja auch Gott wenn da was abfällt das ist halt das sind halt verklebt Gesteine die sind knetet unverklebt das heißt du darfst nicht mit einer Hitze drauf gehen weil sonst löst sich der Leim und so weiter es ist das ist immer das das nicht so schöne daran die Reinigung der Anzüge deswegen denke ich dann auch immer ich bräuchte immer noch mehr eigentlich das ist also nicht so deine Sucht Anzug wie viel Anzug hast du jetzt mittlerweile? 16 16 Stück also 16 verschiedene Outfits sind hier alles Jumpsuits und unterschiedliche Anzüge dabei wie stellt man sich die Wohnung von Nils Strassenburg vor ganz normal ganz normal ist nicht komplett hier mit New Yorker Nummernschildern komplett die Wände voll ganz normal oder hast du so einen Elvis Raum oder so? ich habe einen Musikraum da steht auch der große Schrank wo die Anzüge drin hängen und wo alles irgendwie auf die Schuhe und die ganzen Schmuck und das ist ja Platten Platten sind natürlich auch da drin und dann stehen die Gitarren drin da ist Mikrofone etc. pp auch ein Schreibtisch und so weiter da gibt es auch einen Karton voll mit Elvis Kram aber ich bin eher so der Plattensacher ich mag Platten, Platten, Platten und ja natürlich habe ich eine Elvis Kaffeetasse und ich habe auch original Poster Replikas von original Elvis Poster und sowas hast du dich in der USA geholt? ja ich habe ja bei Instagram das bisschen verfolgt du warst ja war das zum Elvis Geburtstag wo du da warst? ja, war ich genau und wie oft bist du denn schon da gewesen? ähm jetzt sag nicht 10 mal oder so ne ne das war es gar nicht vielleicht 6 mal 6 mal und dann immer die gleiche Route oder suchst du dir dann immer was anderes aus? also du warst jetzt am Grab gewesen habe ich gesehen, ne? naja es verändert sich es verändert sich warst du in dem Haus in dem wo Elvis gewohnt hat? ich war in Graceland genau das Haus das ist ja eins gegenüber das war jetzt neu das habe ich noch nicht gekannt da gegenüber waren bisher im Endeffekt nur die Flugzeuge gestanden und das Hotel und so ein paar kleine wenige wenige Ausstellungsräume und da haben sie ja jetzt wirklich Mörderhahn in den gesetzt wo du äh also ich weiß gar nicht ich bin morgens um 10 rein und um 5 bin ich raus und war platt war fertig es war mir viel zu viel es war wie reagieren die wenn du dort reingehst? naja da kommt dann schon ne klar das ist äh er ist wieder da ja komm das wissen ja die locker die Amis sind ja immer alles bisschen als Spaß und äh ich meine so viel gibt es ja nicht da kommen ja schon da kommen schon einige da kommen schon einige mit Koteletten und gerade zum Geburtstag naja naja klar aber die sehen ja vielleicht nie so aus wie Elvis das weißt du wie? ja ja also das wird ja den Amis auch auffallen dass du so ein ja das ist schon so da gibt es immer machst du immer schön Foto deswegen ist auch für mich so nach 3-4 Tagen bin ich dann ganz froh wenn ich ähm woanders bin also auch am Mississippi auch in Memphis aber ein bisschen weiter weg von Graceland ein bisschen weiter weg von und deswegen bin ich auch nicht so gern da wenn Todestag oder Geburtstag von mir das ist weil das ist so überlaufen und überall und du wirst es genötigt zu singen und so ich singe ja gern und ich singe auch gern für Menschen und natürlich deswegen mache ich es aber wenn du dann irgendwie denkst du ja ich hab nichts ich wollte eigentlich grad weitergehen einfach so aus der kalten A Cappella ja in der Beard Street ist das oder hast du da irgendwelche Gitarristen die dann plötzlich in dir stehen und dich begleiten war da nicht der Fall aber auch das kann passieren die Bands die haben ja zig Bands und die können natürlich alle Elvis also zumindest eine Handvoll kriegen alle und für die ganzen Geschichten bezahlt man natürlich bestimmt Eintritt oder? du zahlst ganz schön ordentlich ordentlich wissen wir Amerikanern wie das geht selbst für das Grab oder nicht? bitte für? für das Grab aber nicht oder? echt? ja und das Haus und das genau das nach das ich ja wenn es end so wenn der Todestag und Geburtstag ist dann ist es für mich so überlaufen aber ich hatte den Vorteil ich war am 4. da am 8. halbes Geburtstag am 4. war ich da ja und es war tatsächlich es regnete es gelandet in Memphis es regnete und es war wirklich wie when I was walking in Memphis es war wirklich the pouring rain und dann gehst du hin und es war nichts los es war nichts los in Graceland ich hab mich gelesen du warst ja stellenweise da wirklich alleine in den Räumen Wahnsinn ist das gesichert irgendwie mit Alarmanlage und so? ja ja total es sind überall es sind überall Kameras so Lasertechnik und so bestimmt und es sind auch überall Sicherheits-Security also die lassen auch immer nur eine gewisse Menge Menschen ins Haus damit sie der Sache her werden aber da wurde schon alles möglich geklaut da wurden anscheinend schon Fußnägel geklaut Fußnägel? in der Hoffnung, dass wir von Elvis sind aus dem Teppich raus gepoolt Stück vom Teppich abgeschnitten also Fans können schon teilweise brutal sein weil genau so wie dieses in den Sun Studios dieses Anscheinend der Elvis-Mikrofon das da noch steht das ist jetzt nicht mehr das kann ich mir nicht vorstellen das kann ich mir nicht vorstellen die Amerikaner behaupten das zwar aber das glaube ich nicht weil diese Sun Studios war zwischenzeitlich ja auch eine Garage und ich glaube ja das ist halt das Mikrofon genau das Mikrofon aus dieser Zeit wo Elvis war geradeaus oder? wir fahren geradeaus ja ja dann hatte ja der Elvis sag ich mal im Endeffekt nicht so den perfekten Abgang sag ich jetzt mal so ne? und da gibt es so eine Szene die mir wirklich leid getan hat wo der dieses play 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 wo der so unter Tabletten schon so stand dieses live Konzert wo 77 ja was geht dir da in deinem Kopf vor wenn du sowas siehst das krasse ist und das frage ich mich bis heute noch wie das geht wie konnte der Mann zu diesem Zeitpunkt so fantastisch singen ja weil er war so schwer krank er war ja aufgedunsen das war ja im Endeffekt eine Krankheit der konnte ja innerhalb von zwei Tagen wieder komplett schlank aussehen also komplett schlank ist ins Betrieb er hatte natürlich auch ein bisschen zu viel auf dem Rippen aber dass er so voluminös war das lag daran dass alles aufgedunsen war also wasser gespeichert in seinem Körper das war alles durch diese durch diese Tabletten durch die Tablettenmissbrauch war sein Körper halt auf und hätte auf links gedreht und dann klar wenn man das dann sieht dass er dann peinlich berührt lacht weil er den Satz nicht mehr rauskriegt bei Ayo Long dann denkst du schon warum hat man ihn auf die Bühne geschickt warum das ist das warum haben die dann noch mit ihm Geld verdienen ne eigentlich ist das ja Körperverletzung absolut aber er war dann nochmal einfach ein einfacher Sinnstaatenjunge und er hat das getan was man ihm gesagt hat und wenn er einen Vertrag hatte und einigermaßen stehen konnte dann hat er halt das auch gespielt also ja es ist immer so schwierig ich finde es immer schwierig man kann für das wie es Elvis ergangen ist wie es Elvis ergangen ist das wird er gerne auf der Körbe seinen Manager her gezogen er hat sicherlich ganz viel Scheiße erhofft ganz viel Sachen gemacht nicht richtig gemacht aber schlussendlich war der Elvis so eine starke Persönlichkeit du hast ihn glaube ich gar nicht retten können also der ist nicht wie bei Johnny Cash die die uns ausstellen können und halt alle Drogen wieder wegschicken können sondern er hat mir nur Medikamente genommen und davon war er halt abhängig und der Körper den hättest du glaube ich auch gar nicht mehr retten können ne es war vorbei wenn du geradeaus es war rechts wenn du das war das ist rot oder das ist rot wir meiden immer noch ein bisschen das Zentrum Stuttgarts aber ich glaube nicht dass er kontrollieren kann das muss er nicht sein dass er dass du kannst ihn einfach nicht schützen davor er hatte immer Angst dass er wieder ein armer Junge wird und wieder zurück muss und die Pause sich zu nehmen ist halt immer schwierig wann nimmst du dir eine Pause hast du Angst überholt zu werden hast Angst dass du weg bist vor Elvis gab es diesen Superstar nicht den gab es nicht und auch ein Johnny Cash der hat irgendwie ein paar erfolgreiche Jahre dann war er erstmal wieder weg und dann kam er wieder und Jerry Lewis alle die mit ihm angefangen haben die hatten das nicht dieses ganz große Ding und das ist glaube ich das Problem wenn du dann Angst hast und er hat halt nun mal auf wirklich großem Fuß gelebt das heißt er musste Geld verdienen hier hoch er musste Geld verdienen er hat gar keine andere Möglichkeit gehabt er konnte ja nicht zuhause bleiben und sagen jetzt zähle ich mir mal eine Million jetzt kommen wir wieder zum Nils ich habe ein Video entdeckt bei Youtube da war es das war kurz vor der Show und da bist du wie so ein Tiger mit deiner Gitarre hin und her gerannt also so ein bisschen du hast bisschen so diese Zeit für dich sowieso ist das so? ja 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 brauchst du diesen Moment dann wo du sagst ich verschwinde jetzt mal kurz für zwei Minuten bespricht mit mir kurz nicht eigentlich ist es so dass ich in dem Moment wo ich in die Garderobe gehe also ich bin davor immer irgendwie die ganze Zeit in der Venue unterwegs in der Location und muss irgendwie alles checken und muss wissen ne und dann wenn ich weiß okay wir gehen jetzt in die letzte Stunde vor der Show dann verschwinde ich dann so eine halbe Stunde vorher verschwinde ich in meiner Garderobe und ab dem Zeitpunkt will ich eigentlich auch meine Ruhe haben da geht mir immer alles durch weil das seltsame ist tatsächlich das habe ich mich gefragt nach meiner aller allerersten Show also Elvis Show da habe ich kein Script gehabt nix meine Moderation ist ja komplett in Englisch und die lief halt irgendwie und danach habe ich mich echt gefragt okay das war jetzt gar nicht schlecht was du da gemacht hast aber was hast du denn überhaupt gemacht und wie soll das denn jetzt übermorgen aussehen weil im nächsten WhatsApp und dann habe ich festgestellt das kannst du nicht das ist in mir drin deswegen brauche ich einmal die Ruhe und auch mich darauf vorzubereiten auch die gewissen Dinge durchzugehen die auf mich zukommen Gehst du eigentlich nebenbei noch arbeiten oder reicht dir das zu? ne ich arbeite hier oder hier runter? bleib mal links ist egal wir können jetzt auch hier links fahren fahren wir nochmal um See die Entscheidung habe ich bewusst gefällt dass ich noch einen Zweitjob habe ich arbeite in der Konzertbranche noch im Marketing das ist perfekt gerade aus? rechts das ist perfekt weil im Endeffekt all das Wissen was ich als Gutschler habe kann ich da einfließen lassen und ich kann wirklich das tun was ich machen möchte ich kann die Shows machen und ich kann die wie ich es möchte und nicht ich bin darauf ich muss eine Supermarkteröffnung spielen oder in einem Teppichladen oder Einkaufszentrum ich habe ein einziges Mal da gibt es noch ein Foto von es war aber an sich ein lustiger Job es war in der Metro gespielt bei so einer Metro Messe für Böf Kiko und wir haben aber direkt von der Fischtheke gespielt und hinter mir war das Schild heute schon so muschelt und das ist so wo du denkst da denk ich dann halt wird das auch ein bisschen nicht gerecht ne also dann muss ich es anders machen oder im Baumarkt oder sowas genau das ist so wo ich dann denke du hast auch die Leute haben da auch keinen Bock also die wollen dich ja die wollen da einkaufen gehen und die möchten berieselt werden aber doch nicht das ist ja unter Wert verkaufen wenn man sowas macht dann eigentlich und das wird ja dann ist wiederum wo ich dann da werde ich wie gesagt etwas böse wenn ich das sehe dass das gemacht wird egal mit welchem Künstler also wenn der Künstler das selber macht und singt seine eigenen Songs und macht es und macht es aber sobald er ein Tribute macht sollte er sich bewusst sein was das bedeutet und so eine Person wie Elvis Presley da irgendwie ein Tribute zu machen oder auch Beatrice oder Michael Jackson vor allem wenn du das einmal anfängst kommst du da ganz schlecht wieder raus das ist der Nummer oder? meines Erachtens ist dann vorbei trittst du irgendwann noch einen Biergarten auf und trittst du da auf das ist so wo ich dann denke nee nee will ich nicht also dann da ist dann für mich auch der Punkt wo ich sag nee dann lieber nicht wo würdest du denn am liebsten mal auftreten lieber Nils was wäre dein größter Wunsch in den Staaten? ganz sorry das ist echt blöd gell kann ich das nicht beantworten weil ich ganz ehrlich sag es ist mir ich hab echt gelernt es war so es ging bei mir los dass ich gedacht hab die allererste Show war total wir haben hier im Wilhelmer Theater aufgetreten es ist ein wunderschönes barockes Theater und es hatte 350 Plätze kein Mensch kannte mich und kannte diese Show und kannte überhaupt also es war ausverkauft und danach haben wir festgestellt wenn es nicht ausverkauft gewesen wäre wäre ich eigentlich fast schon platt gewesen also es war einfach beschissen kalkuliert von mir aber es war einfach der Wunsch ist zu tun und es hat funktioniert dann ging es immer so weiter dann hab ich gedacht wow das ist ja schon toll und dann wurden die Venues größer da hatte ich die ersten mal 1000 Menschen und dann denkst du so was soll jetzt noch kommen und dann war die Liederhalle in Stuttgart mit 2000 und dann denkst du so und da hab ich festgestellt dass das alles gar nicht wirklich und dann auch weiter weg nicht nur Stuttgart und Umkreis oder Süddeutschland spielen sondern auch bis in den hohen Norden fahren und auch in Österreich und in der Schweiz und was ich wo spielen da hab ich dann festgestellt also darauf kommt es mir gar nicht an das ist mir wenn ich ganz ehrlich bin das reicht dir das reicht dir aber schon ich will auftreten ich will auftreten ich will ich will Menschen glücklich machen mit der Musik ich will irgendwo auftreten fertig gib mir einfach nur ein Saal klar ich mag jetzt nicht ich bin kein Fan von Multifunktionszweckhallen ne also ich kann mich erinnern wo ich Magdeburg war in der Armour glaub ich das ist Magdeburg die sieht ja schon aus da dachte ich ui aber wo ich jetzt auch gespielt hab war hier in Geringen das war halt eine Sporthalle oh und es ist aber deren Stadthalle auch und da dachte ich das kann doch das wirkt ja dann schon ein bisschen billig ne ja das ist halt und dann hast du Anzüge an für 5000 ja dann denkst du halt ja dann ist es halt auch schwierig für das Publikum sich drauf einzulassen ne ähm das ist so das Einzige ich spiel einfach gerne in tolle Venues wenn ich sehe dass da Konzerthäuser mit Prunk und weiß ich was da bin ich zu Hause das ist meine Welt und da glaube ich auch das Produkt hingehört und dann darauf freue ich mich aber ist mir in welchem Land natürlich würde es mir mal reizen wenn ich ganz ehrlich bin würde es mich eher mal reizen eine Tour zu machen durch durch den östlichen Bereich also Russland Litauen Ukraine mhm da wo Elvis im Endeffekt nie hinkam schon aus politischen Gründen nicht und da mal wirklich zu sagen ich spiel da mal eine Tour in wirklich was natürlich utopisch ist weil es wahrscheinlich nicht geht irgendwie geht es wahrscheinlich schon aber ne also wirklich ich meinte jetzt nicht hier Moskau sondern ich meinte wirklich Hinterland hinter 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 hinterland zu spielen das fände ich mal ganz spannend und das dann auch zu begleiten also ähm oder was könnte es noch sein es könnte natürlich auch irgendwie Paraguay sein oder sowas ne wo du sagst ok ganz untypisch kommunistisches Land vielleicht auch noch wo du sagst ok andere Hirten und bringst diesen diese Figur Elvis der im Endeffekt so der Inbegriff ist des westlichen Lebens bringst du in die ganz westliche Welt das fände ich mal ganz spannend wo siehst du dich in 5 Jahren jetzt? ja ich werde weiterhin ich werde immer Musik machen solange ich kann äh und ich werde mhm also das was ja immer mehr passiert ist dass Elvis ist immer mehr die ganz große Inspiration und äh ich versuch den weiterzuentwickeln für mich also ich ich liebe den Style der Musik wir versuchen jetzt schon diese Musik frisch und modern klingen zu lassen aber diese Instrumentierung und diese Arschmaus sind einfach fantastisch und ähm da kann viel passieren ich weiß es noch nicht also die Platte steht jetzt endlich an die steht endlich an und ich habe schon ganz viel daran gearbeitet und so und es wird eine Platte geben und eine eigene richtig Nils-Straßburg-Platte eine Nils-Straßburg-Platte mit wieviel Songs? Elvis-Songs keine Ahnung ich habe momentan 12 bei mir stehen eigene Songs auch? ja wird auch was eigenes Song singst du dann wie Elvis oder hast du eine eigene Stimme? also eigene Stimme eigene Stimme weil ich hatte bei Youtube was gefunden das hast du gesungen aber das klang völlig anders also du wahrscheinlich mit der Zunge oder weiß ich wie man das macht mit Elvis also mit dieses dass man diesen Slang hat ne ne schon mit meiner eigenen Stimme das ist so ich will dieses Elvis kann man nicht kopieren Punkt das geht nicht und es geht auch nicht darum die Figur zu kopieren es geht darum die Musik am Leben zu halten und das ist auch immer wo die Leute sagen Elvis lebt ja Elvis lebt fangen wir rechts Elvis lebt vor allem durch seine Musik das ist sein Hauptmedium um das geht es und alles andere hat ihn erfolgreich gemacht die Optik das Aussehen die Bühnenbewegung alles die Show die er gemacht hat das hat es verstärkt aber es geht um die Musik und deswegen denke ich kann man sich auch nicht irgendwie da drin verlieren das möchte ich nicht aber ich liebe natürlich den Style ich gebe es wunderbar du hast vor uns was angesprochen Nils was von dieser Roadtrip Sendung in Amerika hast du gesagt ne ja dass die da auch was singen ich hätte da was vorbereitet wirklich echt und zwar mit deinem Lieblingssong und ich habe wirklich ein sehr sehr gutes Playback runtergeladen das singen wir zusammen ich kann den Text nicht welcher Song denn? soll ich ihn anspielen? ja so warte ich muss nochmal zurück ach das Bild ist meins das sind die dein Ernst doch ich kann es so nicht singen wir können ihn mal anprobieren einfach jetzt kannst du doch mal mitsehen ja ich wollte es bloß mal einschneiden ich hatte erst zuhause schon überlegt dass ich da den Schlagzeuger mit mime dazu müsste man aber stehen weißt du so richtig aber einfach mal dass Leute sag ich mal eine Kostprobe bekommen dass du nicht bloß siehst wie Elvis sondern auch genau so singst wie Elvis ach genau so edert seine eigene Stimme und ich denke ich habe auch meine eigene Stimme also ich habe da auch nie dran geübt ganz ehrlich ich habe nie geübt dass ich Stimme wie Elvis es gibt natürlich es gibt Phrasierungen Phrasierungen machen Stimmen auch aus und Elvis hat bestimmt immer gleich phrasiert und das ist das was wo man schnell Elvis anerkennt das ist glaube ich so das einzige aber dieses dass dann das Knödeln anfängt das ist ja immer die Gefahr dabei wo man so unten rum schiebt da denke ich dann immer kannst du mich schon zurückführen so ein bisschen ja ich hoffe es ok weil ich habe auch zum Schluss gibt es ja diesen sogenannten Kulturbeutel und den habe ich auch für dich wiederum da müsstest du mal hier hinter den Sitz greifen da ist so ein Stoffbeutel weil ich ja wenn ich schon unterwegs bin im Lande dann möchte ich den Leuten ja Bad Elster Bad Elster ein bisschen näher bringen und wir haben zum Beispiel ein wunderschönes Theater wenn du da vielleicht mit deiner Aventur mal redest also das ist so ein Barock Theater ich habe dir die Zeitung mit reingemacht von Bad Elster das ist es nicht ne ne aber das ist bestimmt mit drin König Albert Theater nennt sich das ok sehr schönes barockes Theater also ich finde es sehr sehr schön und da war jetzt Anfang Februar die Buddy Holly Story hatten sie da gehabt wir wir das ist wirklich das Schöne ist das funktioniert ähm wo ich weiß gar nicht Vogtland Plauen waren wir auch schon ja haben Plauen gespielt in dem Theater oder oder war das Open Air ne ne es war im Theater also im Haus in der Halle ach so dann war dann war der in der Stadthalle Stadthalle Plauen das war ausverkauft und so also das ist eine tolle Ecke für uns funktioniert Elfs funktioniert da sehr gut das ist mir aufgefallen dass du im Osten von Neustand relativ äh relativ gute Shows spielen kannst weil die Leute es wirklich mögen auf jeden Fall ja super und jetzt guck ich aber nochmal rein da sind noch was drin da sind noch Bier drin das ist ein Sternquellbier mhm das kommt aus der Region und wir sind dran das Sternquell das vielleicht dieses ganze Projekt hier so ein bisschen mit sponsoriert und deswegen trinkt Sternquell auch im Westen und dann habe ich noch was besonderes das ist von der Katja die betreibt nämlich in Bad Elster die Salzgrotte falls du was für deine Gesundheit tun möchtest oh kannst du auch gerne jemanden mitnehmen und kannst dann einfach mal falls ihr mal in Bad Elster spielt gehst da rein mit jemanden Bekannten ich bin eine Salzgrotte ja das klingt gut ich bin ein totaler Wellnessfreak weil die wenige Zeit die man hat ist dann immer toll wenn du dann wirklich man kann sich super entspannen also gerade nach Shows liebe ich es eigentlich danach irgendwie in den Thermen zu gehen und ja werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen bedanke ich mich ganz herzlich Nils ich bedanke mich das muss ich dir nur noch sagen wo wir erstmal auf wir fahren hier Hit... Tap Und ¿